Hey, schön, dass du da bist und willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, also ich plane zumindest, dass dieses Video am 1. Januar rauskommt. Wer weiß, ob das tatsächlich so passiert, wenn nicht, ignoriert, was ich gesagt habe. Wir machen heute ein Video, das habt ihr euch gewünscht. Und zwar, ich habe euch ja, als ich das allererste Giveaway gemacht habe, gefragt, was für ein Videothema ihr von mir sehen wollt. Und der Vorschlag, der tatsächlich am aller, aller, aller häufigsten kam, war, such einen Duft für jedes Sternzeichen aus. Und da muss ich sagen, da war ich erst mal ein bisschen erstens überrascht, zweitens überfordert, weil ich kenne mich nämlich null aus mit Sternzeichen. Und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, nicht an Astrologie. Aber ist ja egal, ja. Es hält uns ja nichts davon ab, mit dem Thema ein bisschen Spaß zu haben. Das heißt, ich habe mir Gedanken gemacht für euch. Und ich muss sagen, das war eines der rechercheintensivsten Videos, die ich je vorbereitet habe. Weil ich musste erst mal rausfinden, für was welches Sternzeichen eigentlich überhaupt steht. Und da natürlich noch einen passenden Duft aussuchen. Heute fangen wir an mit den Frauen. Es wird auch noch ein Video für die Männer geben. Und ja, ich freue mich drauf, weil die Recherche hat mir echt viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, was ihr zu meinen Pics sagt. Falls ihr zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Ich bin die Leni und ich spreche super gerne über Parfum. Und ich würde mich echt freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Drück einfach auf den Button. Wenn dich das Thema Parfum interessiert, dann siehst du in Zukunft öfter was von mir. Ich lade mehrmals pro Woche für euch Content hoch. Und ich freue mich über jeden Einzelnen von euch. Übrigens, falls ich jetzt irgendeine Eigenschaft von einem Sternzeichen falsch wiedergeben sollte, seht mir das nach. Ich habe die Infos einfach nur halt aus diversen Astrologie-Seiten aus dem Internet zusammengetragen. Deswegen weiß ich nicht, ob das immer so hundertprozentig stimmt. Aber sagen wir so, ich habe es mit bestem Wissen und Gewissen getan. Okay, fangen wir an mit dem Widder. Der Widder ist ein Feuerzeichen. Und kann mir mal jemand in den Kommentaren erklären, wieso man mit dem Widder anfängt? Auch wenn der irgendwie erst im März oder April ist. Das verstehe ich nicht. Macht es nicht Sinn, im Januar anzufangen? Keine Ahnung, egal. Der Widder ist, und jetzt muss ich ein bisschen spicken hier, abenteuerlustig, leidenschaftlich, feurig, ungeduldig und möchte aus der Masse hervorstechen. Er ist ein Erfolgsmensch. Er ist sehr zielstrebig und zupackend. Hat er sich etwas in den Kopf gesetzt und will das auch unbedingt durchziehen. Und er entwickelt dann eine unglaubliche Energie, sowohl in seinem privaten als auch in seinem beruflichen Umfeld. Also was für ein Duft passt jetzt zur Widderfrau? Ich würde sagen, der Vapeur Diablo Team von SLM, von Sulemon Tho, passt perfekt auf diese Beschreibung. Der ist nämlich total feurig, finde ich. Der ist unorthodox und der ist vor allem sehr energetisch. Und der ist super schön, ja, super würzig. Und ich finde, der Flacon, der drückt diesen Charakter auch total gut aus. Also den sehe ich da wirklich wunderbar. Und was ich an dem Vapeur Diablotin auch so toll finde, ist, dass der eine gewisse Animalik hat. Und so eine gewisse Kompromisslosigkeit, auch fast so eine gewisse Skrupellosigkeit. Der ist einfach ein richtig geiler, nischiger Duft, der irgendwie keine Gefangenen macht. Und deswegen finde ich, passt der super zu einer Widderfrau. Als nächstes haben wir den Stier. Und da musste ich ein bisschen lachen, als ich die Beschreibung gelesen habe. Weil mein Mann, der Julius, der ist auch Stier und das passt ausnahmsweise mal wirklich wie die Faust aufs Auge auf ihn. Also der Stier ist ein Erdzeichen und der ist der Fels in der Brandung. Das ist der Mensch, an den sich andere Leute anlehnen können. Der ist extrem zuverlässig, aber auch extrem stur. Und er ist ein absoluter Genussmensch. Er liebt luxuriöse Sachen und er liebt vor allem auch Kulinarik. Also er isst gern, er kocht gern, er schätzt Qualität. Und da habe ich den Julius wirklich eins zu eins wieder erkannt. Als ich die Beschreibung gelesen habe, dachte ich sofort, da brauchen wir einen Gourmand. Und zwar einen mit einer echt guten Haltbarkeit und einer, der sehr stabil ausstrahlt. Und natürlich einer, der schön aussieht. Und da ist mir sofort eingefallen, der Tiamo von Roger Parfum. Und der Tiamo ist ein wunderschöner Duft. Der ist nicht nur für den Flakon wunderschön, sondern auch von seinem Dufteindruck her. Sieht wahnsinnig edel aus. Und so riecht er auch wahnsinnig edel und schön. Aber trotzdem gourmandig floral mit einer wunderschönen Kakaonote. Und der hält sich einfach ewig. Der ist so richtig edel, aber trotzdem irgendwie auf dem Boden geblieben. Und trotzdem umhüllend und Geborgenheit gebend genau das im Grunde, was ein Stier eigentlich ausmacht. Ich glaube vielleicht von allen Duftmatches, die mir heute eingefallen sind, passt der wirklich am aller allerbesten. Der ist natürlich auch sehr teuer, wie die meisten Roger Düfte. Aber ich muss sagen, hier finde ich das Geld tatsächlich einmal wert. Der nächste Duft ist für die Zwillinge. Und ich muss sagen, da habe ich mich einigermaßen schwer getan, einen tollen Duft zu finden. Die Zwillinge sind nämlich ein sehr feinsinniges Sternzeichen. Ich glaube, es ist ein Luftzeichen. Und der Zwilling, der ist sehr umtriebig. Der ist immer in Action. Der will immer mehrere Dinge tun. Der ist schnell gelangweilt. Der ist wahnsinnig interessiert an vielen Sachen. Und einfach halt so ein richtiger Luftikus, wie man sagen würde. Der braucht Abwechslung. Der ist vielseitig interessiert. Der ist kultiviert. Der ist sehr gesellig. Gibt allerdings nicht super viel von sich selbst Preis. Und reist außerdem super gern. Das heißt, es ist auch einer, der vielleicht öfter mal den Job wechselt. Und da habe ich mir gedacht, passt eigentlich ganz gut der Baldafric von Byredo. Der Baldafric, der ist nämlich so wahnsinnig lebensbejahend und freudig. Und irgendwie auch, da ist auch viel los in diesem Duft. Und das finde ich so schön daran. Der ist irgendwie total vielseitig. Mal ganz abgesehen davon, dass der eine richtig, richtig gute, gute Stimmung macht, ist der einerseits ein bisschen floral, ein bisschen fruchtig, aber auch irgendwie total interessant. Der ist so, so vetiver-lastig. Also irgendwie habe ich mir gedacht, wenn es darum geht, einen Duft für jemanden zu finden, der viel reißt, der einfach viel erleben will in einem Duft, dann ist Baldafric super. Weil ich finde, dass der auch so eine luftige Qualität hat. Also das ist kein schwerer Duft, obwohl er sich jetzt nicht so schlecht hält, sondern das ist einfach so ein richtig toller, vielseitiger Duft, wo man aber nirgendwo so richtig tief eintauchen muss. Der ist leicht zu tragen, der ist einfach keine schwere Kost, sondern der macht einfach Spaß. Als nächstes haben wir den Krebs. Der Krebs ist ein Wasserzeichen und das ist ein sehr sensibles, emotionales Sternzeichen. Das heißt, man könnte sagen, harte Schale, weicher Kern. Das sind sehr sensible, gefühlsbetonte, emotionale Menschen, was ja auch zu wahnsinnig guten Zuhörern macht und zu Menschen, zu denen man wirklich leicht einen tiefen Zugang finden kann. Andererseits, dadurch, dass sie so sensibel sind, sind sie auch wahnsinnig schnell beleidigt. Vielleicht auch an einer Stelle, wo man das überhaupt nicht beabsichtigt hat. Also so ein bisschen so eine Mimoseneigenschaft haben sie auch. Machen sich häufig zu viele Sorgen um die Zukunft, manchmal auch ohne Grund. Also sind einfach extrem zart beseitet, würde ich sagen. Aber emotional sehr tief. Und da habe ich gedacht, da braucht es unbedingt einen richtig sanften Moschusduft. Einen, der ein bisschen zurückhaltend ist, einen, der feinsinnig ist, einen, der so ein bisschen subtil die Emotionen zum Klingeln bringt. Und ganz toll dafür finde ich den Lemuskula Pro. Das ist ein wahnsinnig schöner Duft. Ich sage immer, der ist gefährlich aus der Nähe. Das ist so ein weicher, fluffiger, ganz leicht akratischer, bisschen angenehm würziger Moschusduft. Und der ist alles das, was ich gerade beschrieben habe. Also der ist einfach ein leiser Duft. Das ist ein intimer Duft. Es ist aber einer, bei dem man wahnsinnig viel erlebt. Der hat, wenn man ihn so als Dufterfahrung hat, wahnsinnig viel Tiefe. Und der hat wahnsinnig viel zu erzählen. Also der ist super spannend und einfach irgendwie wahnsinnig angenehm. Also das ist auch ein echt gutes Match, muss ich sagen. Also da bin ich stolz drauf, dass ich denen den Krebsen zugeordnet habe. Weil ich finde, einen besseren Duft für Krebse gibt es nicht. Als nächstes haben wir die Löwin. Die haben ein Feuerzeichen. Und die Löwin sind genau das, was man sich vorstellt. Die wollen einfach gerne im Rampenlicht stehen. Die lieben den Beifall. Die sind stolz, eitel, sehr selbstbewusst. Haben aber auch wahnsinnig viel Charisma und ein großes Organisationstalent. Also Löwen sind einfach beeindruckende Charaktere. Die wollen zwar gerne den Ton angeben, sind aber gleichzeitig auch wahnsinnig großzügig und wohlwollend. Also eigentlich so die geborenen Anführer. Und ich finde, ein Duft, der wahnsinnig gut zu einer Löwin passt, auch optisch, ist der Baccarat Rouge Saint-Song-Caronne von Maison-Francis-Kircschaun. Der ist so schön und der verkörpert genau, finde ich, alle Charaktereigenschaften eines Löwen. Also der ist wahnsinnig laut. Den kann man nicht übersehen, überriechen. Der ist unorthodox. Der ist nicht wie alle anderen. Der sticht hervor, weil der diesen unglaublich starken Ambraceder-Jasmin-Safran-Charakter hat. Der Baccarat Rouge wird geklont ohne Ende von anderen Häusern, weil er eben so eine Ikone ist unter den Düften. Und dieses Goldrot, das hat mich auch wahnsinnig an diese Löwen-Charakteristik erinnert. Natürlich kann der auch für manche Leute zu viel sein. Genauso wie ich denke, dass manche ausgeprägte Löwen-Charaktere für viele Leute zu viel sein können. Deswegen passt er eigentlich auch wunderbar. Also das ist einer für einen großen Auftritt. Das ist einer, weil man Beifall sucht. Und das ist einer, mit dem man als eine, ich sag mal, grandiose Persönlichkeit wahrgenommen werden kann. Als nächstes haben wir die Jungfrau. Ein Erdzeichen. Und für die Jungfrau ist mir ehrlich gesagt auch leicht gefallen durchzufinden. Die Jungfrau liebt Klarheit. Die Jungfrau ist organisiert. Sie liebt alles Symmetrische, Exakte. Sie ist extrem risikoavers. Sie organisiert sich dementsprechend gut. Sie beobachtet genau, analysiert und trifft dann ihre Entscheidung. Und die Jungfrau ist, würde ich mal sagen, ein Tierkreiszeichen, das einfach keinen Stress will. Für die Jungfrau sollte die Welt am besten geordnet sein. Und die Jungfrau ist auch definitiv ein Sternzeichen, dass niemanden auf die Nerven gehen will. Und perfekt dafür passt der Molecule 01 von Eccentric Molecules. Das ist so ein inoffensive Duft. Inoffensive. Ein nicht aneckender Duft. So ein angenehmer Duft. So ein klarer Duft. Das ist ein reiner Holzduft, der nur aus einer einzigen synthetischen Note besteht. Nämlich ISO ist super. Also ich finde, mehr Klarheit gibt es nicht. Und der ist einfach wirklich sehr angenehm für die Umwelt. Also ich habe noch nie eine negative Reaktion auf den bekommen. Also entweder man bekommt eine positive Reaktion oder keine Reaktion. Das ist einer, wo ich auch immer sage, den können gut Leute tragen, die in einem professionellen Umfeld arbeiten, wo man nicht so extrovertiert mit seinen Düften sein sollte. Krankenhaus, Lehrer, Bildungswesen, solche Geschichten. Und der ist aber trotzdem wahnsinnig potent. Er ist wahnsinnig langanhaltend und stark und strahlt weit aus. Und die Jungfrau ist auch wahnsinnig stabil. Die Jungfrau, auf die kann man sich auch verlassen. Die Jungfrau, die hält aus bis zum Ende. Und dementsprechend finde ich den super für die Jungfrauen. Als nächstes haben wir die Waage, ein Luftzeichen. Und die Waage, wie man schon vermutet, ist ein sehr ausgeglichenes Sternzeichen. Also die brauchen Harmonie, die brauchen Ausgewogenheit, die scheuen jede Art von Konflikt. Druck macht ihnen schwer zu schaffen. Und sie streben einfach immer nach Harmonie und Ausgleich und Balance im Leben. Und einen Duft, den ich da wahnsinnig passend finde für die Waagefrau, ist der Flora Botanica von Balenciaga. Das ist auch ein wahnsinnig harmonischer Duft. Das ist einer, der einen auch ein bisschen entspannt. Ich finde, der hat schon diesen Zen-Charakter auch. Ist aber gleichzeitig nicht langweilig, sondern auch wirklich schön. Die Waage schätzt auch die schönen Dinge des Lebens. Und ich finde, ihr habt hier so eine wunderbar schöne Rose mit drin. Zusammen mit einem ganz leicht grünen Touch. Ist sehr natürlich. Wirkt überhaupt nicht künstlich. Und hat einfach auch so ein bisschen, ich sag mal, so einen erfrischenden Minz-Charakter von einem Kräutergarten. Und ich finde einfach auch, der Flakon macht richtig schön was her. Und ja, deswegen finde ich ihn toll für die Waage. Das nächste Zeichen der Skorpion ist genau das Gegend von der Waage. Das ist ein Wasserzeichen. Und der ist aber extrem feurig auch. Also der strotzt vor Energie. Der ist mutig, leidenschaftlich. Der macht keine halben Sachen. Und ist immer individualistisch. Geht immer seinen eigenen Weg. Orientiert sich nicht gerne an anderen, sondern macht einfach sein Ding. Interessiert sich auch nicht besonders dafür, was andere über ihn denken. Und mir ist so ein guter Duft dafür eingefallen. Und zwar der, oder Sendung Matteo Nummer 5. Der ist so schön. Der Floral Ember Sensual Musk. Und wie die Diplomatie nicht zu den Stärken eines Skorpions zählt, so zählt die auch nicht zu den Stärken dieses Dufts hier. Dieser Duft ist einfach ein Statement. Und der ist leidenschaftlich. Der ist fordernd. Der ist extrem kompromisslos. Und der hat so einen starken Charakter und auch so eine Durchschlagskraft. Also ich finde, das ist einer der... Oh, schleicht... Schleicht sich... Er hat sich ein Niese angeschlichen. Das ist einer der energetischsten, leidenschaftlichsten Düfte, finde ich. Der hat so einen tollen Ambergartennelke-Gewürzcharakter. Also ich muss sagen, Gewürze auf mich in Düften haben auch immer die Assoziation mit Durchsetzungskraft. Ja, und auch mit sich abheben, mit nicht konform sein, weil Würze bringt einfach Würze ins Leben und ist einfach nicht, ich sag mal, in Anführungsstrichen, geschmacklos oder plain. Wie es jetzt zum Beispiel mit einer Moschusnote wäre, die einfach eher weich macht, die nicht so wirklich einen Duft in eine bestimmte Richtung zieht, sondern die einfach mehr die Qualität einer Konsistenz gibt. Aber Gewürze sind einfach richtig, richtig, richtig in your face, wenn sie stark im Duft verarbeitet sind. Und der Rossello Matteo macht eben einen Eindruck. Ich denke, das ist ein Duft, den man liebt oder hasst. Und dementsprechend, glaube ich, passt der ganz gut zu den Skorpionen. Das ist einer, der macht keine Gefangenen. Ja, also es kann auch echt sein, dass sich jemand total von dem abgestoßen fühlt. Aber es kann auch sein, dass jemand sagt, das ist der beste Duft der Welt, weil er einfach so ein ausgeprägter, toller, starker Charakter ist. Beim Schützen hingegen, der ein Feuerzeichen ist, habe ich mich extrem schwer getan. Also Schützen, sprühen vor Optimismus und Lebensfreude sind sehr offen, idealistisch, haben großes Ehrgefühl. Die haben viel Fantasie, die sind sehr gesellig, die sind gerne unter Menschen und die erleben einfach gerne was. Die sind auch sehr gerne viel auf Reisen und suchen einfach das Abenteuer. Nach langem Hin und Her überlegen, welcher Duft da passen könnte, habe ich mich dann für den Treffpunkt 8 Uhr von JF Schwarzlose Berlin entschieden. Was ein super schöner Duft ist und ich finde eben, der bringt diese Qualität mit der Vorfreude auf ein Abenteuer, der Vorfreude auf ein Date, der Vorfreude was zu erleben. Diese Optimismus, die Positivität, dieses bisschen junge Grüne auch, die Energie einfach ein wahnsinnig schöner, bisschen fruchtiger, ein bisschen blütiger. Ganz, ganz, ganz angenehmer Duft, der irgendwie ein Versprechen gibt auf das, was kommt. Und deswegen fand ich den eigentlich ganz cool für den Schützen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich, weil die ja so abenteuerlustig sind und viel gerne reisen, ob ich mehr in so eine würzige Oud-Richtung gehen soll. Ich hatte sogar kurz überlegt, ob Oud for Greatness nicht auch passend ist. Aber ich fand, dass der Treffpunkt 8 Uhr noch mehr Eigenschaften verkörpert vom Schützen. Weil der Schütze ist keine schwere Kost. Der Schütze ist leichtfüßig unterwegs und dementsprechend fand ich den Treffpunkt 8 Uhr viel, viel passender. So, als nächstes kommt der Steinbock. Wer sich von euch gefragt hat, was ich denn für ein Sternzeichen bin, ich bin ein Steinbock. Und der Steinbock, habe ich das Gefühl, wird oft als so irgendwie das langweiligste Sternzeichen von allen beschrieben. Der Steinbock ist extrem bodenständig, verlässlich, ehrgeizig, sehr beruflich orientiert, sehr erfolgsorientiert und wahnsinnig diszipliniert. Also der Steinbock, das ist so ein richtiges Arbeitstier und der geht Schritt für Schritt seinen Weg zum Erfolg und bringt dabei auch eine wahnsinnige Geduld mit. Also er ist einfach ausdauernd zäh und verliert nie den Bezug zur Realität. Und er tut sich ein bisschen schwer, sich zu entspannen. Der Steinbock kann erst so richtig loslassen, wenn er die Arbeit für den Tag getan hat. Und ich muss zugeben, das trifft auch auf mich zu. Das heißt, das ganze Steinbock-Bild, das wird so ein bisschen in Richtung Karriere gezeichnet immer. Man sagt immer, die kommen dann in die hohen Positionen in den Firmen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Duft, der ich finde, der wahnsinnig gut auf so eine Frau passt. Und das ist natürlich einer meiner Lieblingsdüfte. Und ich sage immer, das ist der Duft, der mich eigentlich am meisten verkörpert. Das ist der For Her, das Eau de Toilette von Nassi Rodriguez. Und der ist so wahnsinnig schön. Und irgendwie, was mir an dem so gefällt, ist, dass er so selbstbewusst ist. Und so irgendwie kompromisslos. Ja, das ist ein Moschus-Duft. Also hat durchaus eine Weichheit an sich. Hat auch Osmanthus, Amber Patchouli. Ist irgendwie schon tief, aber macht irgendwie auch keine Gefangenen. Ist einfach irgendwie auch so extrem geerdet, finde ich. Auch so verlässlich irgendwie. Gleichzeitig hat er eine gewisse Sexiness, die jetzt dem Steinbock nicht unbedingt immer unterstellt wird. Aber ich finde, das ist der Steinbock-Duft. Finde ich schon. Also einfach ein richtig schöner, selbstbewusster Duft, der nicht nur gut in den Job passt, sondern den man auch gut auf ein Date tragen kann. Also der ist einfach wahnsinnig versatil. Und ich habe das Gefühl, Steinböcke im Allgemeinen sind vielleicht auch eher Sternzeichen, die vielleicht nicht 12.000 Düfte haben, sondern die vielleicht einen einzigen Duft immer tragen und dem sehr treu sind. Und was jetzt auf mich nicht zutrifft, aber geht ja nicht um mich hier, sondern um die Steinböcke im Allgemeinen. Also for her ist so der Toilett von Assisi Rodriguez. Weißt du nicht, was los ist? Es fliegt hier ein Flugzeug nach dem anderen vorbei und es sind immer Düsenjäger und es ist so laut. Wenn ich jedes Mal Pause machen würde, wenn ein Flugzeug vorbeifliegt, dann würde ich morgen noch da sitzen. Okay, als nächstes kommt der Wassermann. Und da habe ich mich auch eher schwer getan, muss ich zugeben. Der Wassermann ist vielleicht das exzentrischste Tierkreiszeichen. Also der mag alles, was skurril ungewöhnlich ist. Der Hass, Normalität, alles was irgendwie besonders ist, zieht den Wassermann magisch an. Und der ist sehr erfinderisch, originell und einfach auch kreativ. Die suchen ständig nach Gelegenheiten aus der Routine auszubrechen. Da haben wir wahnsinnig viele Ideen, die sie aber dann nicht unbedingt auch umsetzen. Also auch so ein bisschen das Gegenteil von einem Steinbock. Da war es tatsächlich echt schwer, einen Duft mitzufinden. Ich wollte was, was kreativ ist. Ich wollte was, was unorthodox ist. Und wo ein Wassermann einfach sagen würde, der Duft ist besonders und deswegen trage ich ihn. Und gelandet bin ich dann am Schluss bei Saint-Hol-Complet von Fragrance du Bois. Und der Saint-Hol-Complet ist ein echt schöner Duft. Und die Betonung bei dem Duft liegt auf dem Sandelholz. Und ich finde, Sandelholz spielt nicht in wahnsinnig vielen Düften eine Hauptrolle. Insbesondere nicht in dieser Qualität. Und es ist eben kombiniert mit einer wahnsinnig schönen Kokosnuss. Was ihm einen ganz, ganz wirklich distinktiven Charakter gibt. Also Saint-Hol-Complet ist einer, den ihr nicht verwechselt, wenn ihr mal gerochen habt. Der ist wirklich wunderschön. Der ist auch sehr teuer. Den gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr in diesem Flacon mit der goldenen Plakette. Sondern die ist mittlerweile schwarz. Und ich glaube, es gibt ihn auch nicht mehr in 50 Milliliter. Und ich bin nicht ganz sicher. Ist auch egal. Auf jeden Fall finde ich, dass der gut zu Wassermännern passt. Weil es einfach ein extrem kreativer Duft ist. Ein Duft, der Eindruck macht. Aber ein Duft, der trotzdem irgendwie noch eine gewisse Luftigkeit hat. Eine gewisse Transparenz. So wie auch der Geist des Wassermanns. Also der ist nicht ein Eindruck, der sich die ganze Zeit hält. Sondern ihr bekommt in der Kopfnote zum Beispiel die starke Kokosnuss. Der verändert sich dann mit der Zeit sehr stark. Und ich finde einfach, dass der so diesem wachen, kreativen Geist des Wassermanns extrem entspricht. Und zu Gute... Mein Hund bellt und jetzt kommt schon wieder Flugzeug. Ich glaube es nicht. Was ist los heute? Zu Gute Letzt haben wir noch die Fische. Zu Gute Letzt haben wir noch die Fische. Und die gelten als sehr sensible, einfühlsame und philanthropische Menschen. Die haben eine sehr gute Intuition. Und auch manchmal passende Vorahnungen, zu was passieren wird. Sind jetzt aber nicht diejenigen, die damit hausieren gehen. Die sind auch sehr bescheiden. Werden deswegen auch sehr geschätzt. Werden aber auch mal gerne ausgenutzt. Und irgendwie in allen Beschreibungen, die ich so über die Fische gelesen habe, dachte ich, irgendwie ist da... Also das muss ein Iris-Duft sein. Das muss ein floraler, weicher Iris-Duft sein. Und der sollte im weitesten Sinne irgendwas von einer mütterlichen Qualität haben. So kam mir das irgendwie vor. Und ein Duft, den ich da wahnsinnig passend finde, ist der Mon Guerlain von Guerlain. Und der ist wirklich so, 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 so toll, wunderschön. Der ist lieblich. Der hat eine tolle Vanille. Und der hat für mich auch was sehr, sehr, sehr Mütterliches. Und was sehr Entspannendes. Was Bescheidenes. Hat allerdings einen Lavendel, der ihn besonders macht. Der ihm eine gewisse Aromatik gibt. Der ihm eben nicht super langweilig macht. Sondern der ihm irgendwie was Ätherisches gibt. Also, ja. Ich weiß nicht, ob es das Wort genau trifft. Aber ich finde einfach, der hat sozusagen die Feinsinnigkeit, die den Fischen auch unterstellt wird. Der hat eine Einfühlsamkeit. Der hat irgendwie eine ganz liebliche Emotionalität an sich, finde ich. Und deswegen passt der Mon Guerlain zu den Fischen, meiner Meinung nach. So, das waren jetzt meine Vorschläge für die 12 Sternzeichen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr die findet. Und vor allem, wie Leute die finden, die sich ein bisschen besser auskennen als ich. Schreibt mir gerne eure Alternativvorschläge in die Kommentare. Oder was ihr zu den einzelnen Matches sagt. Und da freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.